Ich bin Sophie, ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Hamburg, das ist Bad Oldesloe, eine kleine Stadt. Langfristig gesehen möchte ich Psychologie studieren. Davor ist nur viel Zeit. Das Modeln gibt einem gewisse Menschenkenntnis, einfach weil man sehr, sehr viele Personen in verschiedenen Bereichen kennenlernt. Es sind auch meistens sehr besondere Personen dabei. Ich finde meinen Körper so gut und ich lasse mir da auch nichts Falsches einreden, noch waren alle zufrieden mit mir. Das finde ich auch schön und ich denke, man sollte sich selber mögen, sonst ist man da fehl am Platz. Ich habe angefangen, kam in die Agentur, kam zu Shootings mit einem pinken Oberteil und irgendwelchen knalligen Röckchen. Dann entwickelt sich da so ein kleines Gespür schon. Da kann man sich viel abgucken, in was tragen andere bei Casting zum Beispiel.